Ich schaff' ey das, komm' auf! Oh, grab'n! Ich schaff' dich! Ich schaff' dich! Ich schaff' dich! Grab' dir nicht wirklich rein! Manche Blitzkrank... Du willst weglaufen! Freust' dich, dass du in Kong bist! Und Blitzkrank' grab' den Feind hinterher! Das sind immer so'n Dinger! Und du denkst' so, alter... Schwede! Oh, nein, Kyle! Das war's! Tschüss, Kyle, tschüss! Ich komme! Ja, ich komme! Oh! Hebeee! Nein, danke dir! Hä? Äh, ja! Ich war noch bei dir! Warum? Keine Ahnung! Ich weiß es nicht, ich war einfach übel, zwei Deck und auf einmal tot! Hä? Soll ich mir das gefroren, mein Herz und den Eishandschuhe kaufen? Dann hab' ich übel zur Rüste! Hm! Jo, mach' ich! Warum? Weil ich's kann! Jawohl, Leute, mach' erstmal noch das... Tschüss, We! Wie? Erstmal noch den Stab des Erzengels! Des Erzengels! Kennst du den Stab des Erzengels? Erzengels! Was willst'n Erzengeln? Erzengel dich gleich! Geil, Alter! Was zum Teufel! War das? Alter, du könntest zu geil! Du könntest zu geil! Und es kam jetzt! Ja, Mann! Oh! Oh, ja! Oh, ja! Mach! Gib' ihm! Alter, scheiße! Der Tor war dauernd! Das hätt' ich die alle gekillt! Oh, Mist! Ah, keine Ahnung! Die sind eigentlich nicht stark, gell! Aber im Team dann doch irgendwie wieder! Wir überkacken's grad einfach nur üben! Ja, Mann! Weil der Blitz! Gell! Stun! Oder... Hook! Dann hast du... Dann springen alle hinterher! Ja! Dann hast du hier... Phantyre noch mit Stun! Riven! Ash! Und der Twitch, der kann da ganz in Ruhe sein Ding machen! Das ist einfach nur so traurig! Und ich hab noch keine Ahnung! Alter, ich hab 3000! Ich hab 3000 Mana! Mit Level 14! Und das wird noch viel mehr, Alter! Ich hab noch besser auf den Tausendet gehen! Haha! Es wird zu gut! Und der Blitzbräck! Der crappt da wieder! Die alte Crabber! Ich kann das nicht! Leute! Rett mich nicht richtig rein! Der Boss ist noch nicht da! Okay! Ich kann das immer wieder einzigen! Er ist das Ding! Stopp doch!!! Also! Oh nie die Cutter Support gesehen oder? Nie die Cutter Support gesehen! Haha! Ich brauch nie zu! Das ist keiner mehr da. Scheiße. Nice. Ja. Gehen sie es. Sein Schnupf doch einfach mehr. Und auch der stirbt. Und auch der da stirbt. Kommt ihr nur in Monsonor, oder? Ja, gleich. Warte, mein Star ist noch nicht frei. Okay. Oh. Warte, Rufin, los, komm, warte, warte. Hält aus wegen Weil. Ja, wenn alles noch mal rankommt, krieg ich nicht, ich hab meine Rufin. Na klar. Dieser kleine Penner, eh. Los, los, gehen wir. Ah, das war jetzt gerade echt geil, ich hab so viel Kiss und irgendwas gemacht. Hm. Jo, unaufhaltbar. Klatsch. Hopp, dumm. Ich bin mit 2000 jetzt gerade nach Hause, das ist mega genial. Na, ist so jetzt, wenn ich hier keinen Mann habe, als zusammen haben. Ja, ich will jetzt meinen Start bis Erzengels kaufen, aber da fehlen mir noch 20. Moment hab ich gleich. Mal schauen, wie viel ich denn habe. So. Also, ich hab jetzt 3,3. Ich hab jetzt nur 3,3. Ah, ich mach jetzt 300 Fähigkeitsstärke, wenn ich will jetzt noch Rabatt anzuholen. Wird lustig. Und ich hab 150 AD-Resistenz. Auch Rüstung genannt. Jo, ich hab 3,3. 3,335. Schade, eh. Wird lustig geworden. Wird lustig geworden. Okay, direkt. Nur dann an einer Stelle weggehen jetzt. Da kommt ein bisschen entgegen. Kommt ein bisschen entgegen. Oh. 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 Hau dir damit klar. Das ist dieser typische Bug von Blitzcrank. Hey, da versteht ihn aber. Ist wahr. He he he. Jetzt hör nicht rein, lass uns das nicht los. Lass los gehen wir. Oh, Blitzcrank auf der Map. Das ist echt... ein Krampf. Uuuuh. Hier ist einfach nur ganz stur drinnen stehen, schnell. Leben. Oh, fang den. Hatsch. Warte, endlich nochmal zurück, ne? Hatsch. Und ein Jump rein. Es ist schöner. Jawel. Ordentlich. Warum fokussierst du eigentlich den Tank? Weil ich... Oder so ähnlich. Den will ich doch nicht fragen, auf die du eh schnell eine Antwort fallen. too much. Hatsch. So geil, da drüben steht ein Pre-Kill rum, weißt du die Ashe? Was machst du? Geht so auf ne Panthea. Hatsch. 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 Na. Hatsch. Hatsch. ein bisschen Gold. Ich steh mal an der Base und fehlen noch 200 Gold. Ich chill mal einfach, dass mir fehlen nur noch 200 Gold. Ich bleib mal kurz hier, mir fehlt nur noch der gesetzte FUTE. Ja, warte! Neue Meta, ich warte auf einmal um ein Blutelaster. Ich hab 3,5k jetzt. 50 Minuten AFK-Support. Ich hab 3-Kill in Fragezeichen. Ich hab 3-Kill in Fragezeichen. Eventuell. Alter, keine Mist. Ja, weil ich aus dann war ja wieder professionell. 200 Rüstung jetzt. Find ich gut, find ich gut. Und der Pantheon geht erstmal auf AD, auf Rüstung, nicht auf Magieresistenz. Ich hab 3-Kill in den Tor. Nein! Ich bin wieder einmal gestorben. Das ist ja nichts mehr. Nein, nein. Komm her. Sag dir. Rise. 14. Weil ich hab 14 Kills. Wenn du da einfach nur ganz stur drauf gehst. Ja, natürlich. Ich glaub, der hat sich gerade deine Arme angeguckt. Der hat sich da doch nochmal nur so überlegt. Oh, hier, den reißen jetzt nicht mehr. Uh, nee, das lassen wir mal. Wann, wann, da war was. Äh. 201 Arme. Das ist so heftig. Einfach mal nur. Den kann keiner mehr was ausrichten von denen. Da müssen sie schon zu 5 drauf. Und ich hab nicht mal Mana. Äh, ich hab nicht mal, äh, Dings. So siehs. Da. Okay, dann geht's. Wie wir einfach mal abgehen. Und er sich ausrichten kann. Bist du? Hast du Ulti? Ja. Papa. Der langsam zahlt. Bevor ich recke Ey, geht einer auf den Nerven Ein bisschen, ja immer die Solus Ich, ich kann was Ich, ich kann was alles Cue, Cue, Cue Oh warte, ich hab hier einen Hänger Wollen wir oder was? Oh yeah Na aber passt gut aus Du, wie sie in der Luft hecken bleiben Aua So, jetzt hab ich endlich das nächste Stück Rüstung Ey, ich hab 245 Rüstung Soll ich doch mehr machen? Warum fühle ich mich gerade perfekt? Keine Ahnung Hauptsache du fühlst dich nicht tot Ja, so viel zum Thema Ach Riven Gibt sie keine Armadons? Doch nicht Bin ich nicht da bei uns? Jetzt auf AP Langsamer Guten Morgen Ich hab jetzt mal die Aschewaldi vorbei Hahaha Ich hab jetzt so gefeiert Weiger Ich hab 245 AP Ey, die können nichts mehr ausrichten Absolut nichts mehr Ich war da einfach cool Komm schon Was möchten sie zu ihrem Reis? Was möchten sie gern zu ihrem Reis? Die Menge Savage? Mit einer dezent angehauchten Mana-Sauce? Ach so, das sind nur Kälter Gibt's für Leute und nur Kälter Hahaha Hm Und ich nicht Ich glaub ich lass das dann mal Vielleicht die ist mir gut Der Ryze geht ein bisschen greedy rein Ich glaub ich den Porte nachher Ach so dumm Nach hinten den Gegner rein rennen oder nach vorne Weil sehen ist es noch Stil Durch gerade vorne zu sterben aber Jaja Aber die hirte zu tauern ist natürlich Jetzt klingen sie die hirte zu tauern Verdezelt ihr gegen die Hieber Jetzt fangen sie die Hieber Ein Hieber nicht so stund Ja Der Gegner hat eine Hieber nicht so stund Gert noch Das ist so geil Nein Das hab ich jetzt gemacht Ja, oder wir Aber das reicht nicht jetzt mir nicht ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche noch 1000 Volt, ich warte mal kurz in der Base. Äh, wir verlieren gerade, da ist jetzt... Das ist echt anstrengend. Etwas, ja, hast recht. Alter Schwede. Okay, das ist gleich dann wieder. Uh, naja, Dead Damage, ey. Das hier kann ich noch abrieren. Das wird jetzt ja echt knapp, ey. Wir müssen echt ein bisschen sicher spielen, das folgen wir das Ding, echt doch. Ja, Mann. Ich habe keine Rabadons, Mann, mit Rabadons hätte ich viel mehr Damage. Hab ich mir auch grad so gedacht. Keine Rabadons. Okay, wohl dass wir verlieren, ey. Wir fehlen noch 1600 Gold zu Rabadons, lassen wir mal 5 Gills. Okay. Okay. Äh, da war doch was. Ulti, Ulti, jetzt sind die Ulti in, jetzt. Jetzt. Ulti ist ready in. Äh, es ist ziemlich ungewohnt, von Normal Game auf Aram. Irgendwie... Verblüffend doof, meine Aktion hier. Wir müssen gleich nur aufpassen, dass die sich da nicht aufhören, ne? Wie? 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 Wie sehr nice, wenn du das am Tower machst. Oder jetzt. Äh, wie der Ryze einfach mal wieder alleine drin steht. Ja komm 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 komm. Äh... Ehh... Ein, will ich nicht. Alter, ich bin gestorben, dafür sind fast alle weg. Kornscholm, 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 Kornscholm. Neeeeeein! Das wär ein potenzieller Penta gewesen. Das kann nicht sein, ey. Ohne Mönz, Flipkipur da gewinnen. Tja. Das wars meine lieben Freunde. Wir haben verloren. Tja. Bis zum nächsten Mal, würd ich sagen. Du musst mal gucken, wenn du hier dieses.. Wenn du das jetzt nicht beendest, sondern das weiter nicht aufklickst, dann kommt irgendwann die Geschichte von der Map, das ist übelst geil. Okay, tschüss. Alles klar.